Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder Happy Wheels. Yippie! Ja, und wir spielen heute Browse Levels und Search by Name und Rope. Rope. Sweet. Und jetzt gucken wir mal, was es alles so cooles gibt. So, und ich muss sagen, ich bin ein Ropeslinger, ein absoluter Nub. Ich weiß, das ist eine super Voraussetzung, um Ropesling zu spielen. Ich weiß nicht, was ich hier... What the fish? Das kenn ich gar nicht. Ich dachte, dass sieht anders aus. Oh mein Gott, ich kann mich nicht festhalten, ich bin so schlecht für dieses Spiel. Hilfe! Nein, ich halte mich mit einem verarmen Fest, das ist nicht gesund. Und ich lass los, oh mein Gott, ich bin ein echter Pro. Aua, was ist das denn für ein komisches Teil? Nein. Das nenne ich einen coolen Ropesling. Ich glaub... Ich bin tot. Zulang. Huiiiiiiiihiiiihi Mimii!! HuiiiiiiihiiiI!!! Nein, nein, nein! so langsam raste ich aus nein nein halt die wir sind zu gut für dieses spiel leute endlich irgendwie fest halte ich irgendwie gut wir sind glaube ich sicher für immer oh mein gott das hängt ziemlich durch das nein nein ey war das nicht ein cooler move bitte das slowmo so das war eine geile slowmo oder okay nicht sterben waren schon im auto geht es los oder heute er cool ich kann das auto fahren das ist cool ich glaube wir sind tot raps ring 11 11 oh mein gott man kann ich schon wieder sowas ich mag das nicht das ist voll hässlich das sieht nicht bequem aus oh mein gott okay okay und gut fest ich muss euch mal was ganz cooles zeigen wartet so ohne burrito wir warten jetzt die leute leute guckt so guckt so das ist richtig cool wenn man in einer kanone leertaste drückt ihr müsst das mal ausprobieren das ist so cool leute jetzt 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 äh achtung voll lustig oder rupswing impossible nein das ist mir doch egal alter das ist cool ich mag mal nein 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 ja nein das geht nicht das geht nicht ich lebe noch verdammt nochmal ich lebe noch ich lebe noch leute guckt jetzt ich lebe noch ich lebe ich lebe glaube ich nicht mehr ich glaube wir müssen versuchen irgendwie so nein okay ich habe keine müssen wir auf das level ne rupswing impossible noch so ein impossible level okay wenn oh gott nein ja oh mein gott we are going to explode hey das sieht aber anders aus nein achtung und nein sollen wir uns noch mal in der kanone festhalten definitiv nein okay definitiv nein typ ich hasse dich auch nein 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 jimmapel 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 und kommschu kommschu nein danke fürs zuschauen ich habe es hat dich gefallen wenn du hast einen daumen da wenn nein dann nicht bis dann und ciao